Ich finde sie aber eigentlich sieht voll scheiße aus mit Nütze und Brille. Die sieht so groß. Ja, sieht scheiße aus. Flo, was sind die Einstellungen in der Kamera in der Halle, wenn es nicht so hell ist? Ähm, irgendwas mit der Belichtungszeit, weil sonst fängt es an zu flackern wegen dem künstlichen Licht, ne? Also irgendwas über 1 zu 100? Belichtungszeit, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, ich weiß es eigentlich auch nicht, ne? Wie geht's dir? Gut, gut, gut. Ich habe ein bisschen Hunger, ich habe ein bisschen weh gegessen. Ich glaube, ich esse noch mal gut. Ja, das machst du. Ja, ich bin vorbereitet. Das wird ein langes Training heute wieder, ne? Ja, ja. Aber ein bisschen reduziert, ne? Das machst du ja reduziert. Was machen wir jetzt als erstes? Wir machen nochmal 8 Kilometer Dauerlauf. Genau. Wir kommen jetzt raus in die Kälte und laufen rein. Und ich bin der Einzige mit kurzen Hosen. Ich war gerade auf dem Klo und dann ist gerade kurz nach mir jemand rein. Und dann bin ich raus und habe außerdem das Licht ausgemacht. Und dann war es ganz dunkel. Und dann ruf ich so, sorry, versuch es wieder anzumachen. Dauert zu lang, ne? Und es dauert eine Ewigkeit. Okay, warte ich jetzt bis es wieder an ist, dann gehe ich einfach und dann bin ich gegangen. Aber ich hoffe, es ist wieder angegangen. Der Arme. Das ist so ein Asi. Ja. Gut, wir gehen jetzt los, ne? Habe ich gehört. Flo hat mir Sachen geschenkt. Nick, hast du eine GoPro für uns. Das ist eigentlich Flo's Hose. Was steht da drauf? Pro Touch. Und wieso hast du die bekommen? Weil mein Bein zum Berühren ist. Ne, weil der Flo die nicht mehr braucht. Der hat jetzt coolere Klamotten. Flo, was ist dein Outfit wert? Ey, Brunner, ich sag's an dem, ey Brunner, geil, das Outfit. Sag mal, was das wert? Sieht man mich? Ganz, ganz dunkel nur. Ach, der Jan liebt doch dunkle Aufnahmen. Schöne Grüße. Das sieht am besten aus. Ich hatte ja in der Uni natürlich auch Seilspringe. So machen wir die Boxer. Jetzt musst du zur Show leider noch mal 10 machen. Zur Show. Mach jetzt nur zur Show. Was willst du sagen, was wir gerade machen? Wir machen gerade Koordination. Gut. Wir sind das Beispiel, das Gute. Von 1 bis 10, wie machbar findet ihr die Übungen? Wie machbar? Welche Übungen? Ja, das was wir alles hier machen. 7,5. Das gesamte Training? 10. Das sind viel zu viele Faktoren abhängig, diese Frage zu beantworten. Wie bist du 10? Also bis jetzt 10. Aber was jetzt dann noch kommt? 5. 5. 5. Ja, stimmt. Das ist die wichtigere Frage eigentlich. Wie stellen wir uns an? Hier? Gut. Ich hab jetzt ehrlich gesagt... Für Leute. Ich wollte es nicht sagen, aber für Leute. Ich weiß, dass der Flo schon Faser-Profi ist. Ja, der. Der ist eigentlich der geborene Sprinter. Ja. Und du, Nick, wie machbar sind die Übungen? Ja, man kommt schon manchmal an die koordinatorischen Grenzen. Aber man erweitert sie auch immer weiter. Und das ist schön. Aber sonst von der Anstrengung, wir machen nur Pause irgendwie. Also, irgendwie ist okay. Und was ist deine Meinung? Wir haben immer die Entscheidung, ob wir auf die Bahn für die großen Jungs gehen. Oder auf die Bahn für die kleineren Jungs und Mädels. Die schnellen beiden von uns, Flo und ich schaffen es auf der großen Bahn. Und die langsamen beiden von uns leider nicht. Aber Flo, du sahst auch grad ein bisschen bemüht aus, zumindest, dass ich ihn heute. Die letzten Bahnen waren schon ziemlich eng. Aber ich hab's geschafft. Das wird halt... Juhu! Das wird halt gesagt, dass wir Frequenz machen sollen. Du warst ja frequent, Nick. Ja, bei den beiden ist es aber nicht so gut. Tippelig. Vielleicht auch tippelig. Hier ist es zu tippelig. Es ist zu kurz, ja. Weil eine Sache, die wir gelernt haben von den Sprintern ist, dass das Wichtigste eigentlich die Pausen sind und das Ausruhen. Weil das können die hier sehr gut tatsächlich. Einmal mal ausruhen, entspannen, fünf Minuten Pause zwischen den 60ern, alles easy. Das nehmen wir immer gut an. Stimmt's ja. Oh ja. Manchmal schlafen wir auch ein im Training. Zwei mal zwölf. Das geht halt, wenn man so langes trainiert. Zwei mal zwölf. Wir haben erst Warm-up gemacht. 8 Kilometer Dauerlauf, habt ihr ja gesehen. Dann haben wir ein bisschen Zirkel gemacht. Also hier so stubby. Dann ein bisschen Koordination. Dreimal 80 Steigerungen. Wickets. Kamen die Wickets? Genau. Die laufen über Hütchen. Über Hütchen laufen. Haben wir nicht auch einen anderen Namen? Hütchenläufe wäre doch viel besser oder sowas. Hütchenläufe habe ich immer vorher gesagt. Hütchenläufe ist das Simpläste. Wir haben Hütchenläufe gemacht und dann fünf mal 60 Meter so reingesteigert. Alle zehn Meter schneller werden. Abstandsläufe. Abstandsläufe. Und jetzt machen wir noch ein paar richtige Läufe. Ein bisschen echtes Training. Ein paar 150er. Und dann machen wir noch ein paar Sprünge. Oder auch nicht. Nein! Nein! Nee! Nee! Und wie ist es so zu sprinten? Sprinten wir nicht, wir laufen jetzt wieder. Es sah schon flott aus hier über dem Bildschirm. Ja, es war schon ungewohnt natürlich im November immer schnell zu laufen. Das muss man daran gewöhnen, aber so schlimm ist es eigentlich nicht. Ihr seht aber schon platt aus hier. Nee. N-I, Niki? Wofür steht N-I? Hohe Intensität. Sehr gut, ihr habt es ja perfekt getroffen. No Intensity. Das war jetzt übrigens auch der Zieleinlauf. Von der Cross-Landstrecke. Wie war denn die Reihenfolge? Nick, ich, Flo. Heute haben wir uns schon ein bisschen zurückgehalten. Normalerweise machen wir sogar noch ein bisschen mehr Sprinterübungen und machen danach noch ein bisschen Kraftausdauerzeug. Aber das lassen wir jetzt weg, weil wir in fünf Tagen ja Deutsche Cross haben. und jetzt haben wir halt noch 8 mal 150 gemacht. Mittelschnell. Ich weiß die Zeit nicht. 21 Sekunden. Und jetzt gehen wir jetzt noch auslaufen. Dann fahren wir heim und dann ist das Sprintraining halt schon immer lang, weil wir gehen halt Wir kommen an 17 Uhr hier an und meistens verschwinden wir so halb 8. Schon lange Nummer. Deswegen geht es schnell nach Hause.